Was du da eingeplant hast. Für ihn schon. Wie immer. So, aber. Die Frau, die jetzt kommt, die ist so mega sympathisch. Du möchtest mir sich am liebsten unter den Arm packen und mitnehmen. Wirklich. Und das ein und jedes Mal. Wir haben sie schon ein paar Mal erleben dürfen. Wir haben sie präsentiert beim Radio SAW. Mega-Ei in diesem Jahr. An gleich zwei Orten im SAW-Land. Und sie hat uns leid getan, bei dem Wetter auf die Bühne gehen zu müssen. Am liebsten hätten wir ihr noch eine Heizdecke umgebunden. Aber sie hat es bravourös überstanden. Und sie ist einfach eine richtig tolle Persönlichkeit. Und sie ist ein Engel mit einer Engelsstimme, die euch richtig Gänsehaut jetzt bereiten wird. Hier ist Voice of Germany. Präsentiert von Radio SAW und Echner Nordhäuser. Hier ist für euch Ivy Quino. Guten Abend, Dessa. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you.